Gönnt sich Brad Pitt ein regelmäßiges Bad im Jungbrunnen? Hinter dem Schauspieler liegen eigentlich einige harte Jahre. Scheidungskrieg, Sorgerechtsstreit und Alkoholprobleme. Besonders leicht hat es der Hollywood-Star zuletzt nicht. Doch nachdem sich all das jetzt beruhigt, scheint es dem Hottie besser denn je zu gehen. Und das sieht man ihm an. Beim Finale des Tennisturniers in Wimbledon strahlt Brad wortwörtlich vom Zuschauerrang. Dass dieser Mann 59 Jahre alt ist, ist hier kaum zu glauben. Doch was ist das Beauty-Geheimnis des sechsfachen Vaters? Ein Experte ist sicher, dass der US-Amerikaner ab und zu mit kleinen Eingriffen nachhilft. Wenn ich mich an alte Bilder erinnere, dann war Brads Kieferlinie nicht immer so scharf ausgeprägt, erklärt der plastische Chirurg Dr. Volker Rippmann. Ob an diese scharfen Züge ab und zu ein Arzt ran darf, weiß am Ende aber nur Brad selbst. Und seine Fans genießen den Anblick so oder so.